Wir haben die Zahlen, Lena, Robin. Jetzt wissen wir also, wie die Prognose ausfallen wird für die Landtagswahl im Saarland. Und jetzt wird es natürlich interessant werden, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Die ersten, die wir jetzt aus dem flächendeckend kleinsten Bundesland bekommen haben. Also die Prognose um kurz nach 18 Uhr. Die CDU kommt danach auf 27,5 Prozent. Die SPD, sie liegt bei 44 Prozent. Die Linke 2,5 Prozent nur noch. Also deutlich rausgeflogen aus dem Parlament in Saarland. So viel kann man jetzt schon sagen. Die AfD ist sie drin. Ja, 5,5 Prozent fährt die AfD ein. Die Grünen sind nach der Prognose also sicher drin mit 6 Prozent. Die FDP, sie liegt bei 4,8 Prozent nach der Prognose. Und die sonstigen Parteien, die kommen zusammen auf 9,7 Prozent. Das könnte noch interessant werden. Es gibt eine Partei, Bund Saar nennt sich die. Im Moment scheint sie noch weit entfernt von der 5 Prozent zu sein. Aber das sind die ganzen, die sich bei den Linken und den Grünen nicht mehr aufgehoben gefühlt haben und eine neue Partei gegründet haben. Schauen wir damit auf die Gewinne und Verluste. Und jetzt für die CDU. Das ist nach der Prognose zumindest ein Debakel. Schauen Sie sich das an. 13,2 Prozent verloren. Die SPD legt 14,4 Prozent zu. Also sogar noch größere Gewinne als Verluste bei der CDU. Die Linke ebenfalls ein Desaster. Minus 10,3 Prozent. Die AfD verliert leicht. Minus 0,7 Prozent. Die Grünen gewinnen zu 2 Prozent. Also die liegen nach der Prognose bei 6 Prozent, müssten damit drin sein. Die FDP, sie legt zwar zu 1,5 Prozent, aber sie ist nach der Prognose noch unter der 5-Prozent-Marke. Und die sonstigen Parteien, die liegen auch zu plus 6,3 Prozent. Aber im Moment spielen sie noch keine Rolle. Was heißt das jetzt also für die künftige Sitzverteilung im Parlament? Wenn wir uns das genauer anschauen, dann können wir jetzt also sehen, die SPD wird die größte Partei sein im Saarländischen Landtag. 28 Sitze nach der Prognose. Die CDU ist drin mit 17 Sitzen. Die AfD ist drin und auch die Grünen sind drin. Das heißt also, wir werden vier Parteien haben, die nach der Prognose zumindest dort im Landtag sitzen. Und was heißt das jetzt also für die Regierungsbildung? Fangen wir natürlich mit der SPD an. 28 Sitze, stärkste Kraft. Und das heißt nach der Prognose, 26 Sitze sind notwendig. Und die SPD hätte damit tatsächlich nach der Prognose eine absolute Mehrheit. Sie könnte alleine regieren. Auch noch mit zwei Stimmen Mehrheit. Und deshalb kann ich Ihnen jetzt, glaube ich, alle anderen Koalitionsmöglichkeiten ersparen. Denn nach der Prognose ist es tatsächlich so, dass die SPD 28 von 51 Sitzen hat und damit die absolute Mehrheit. Und das bedeutet, das kleinste Landesparlament in Deutschland, das würde dann von der SPD alleine regiert werden können. Wir erinnern uns daran, 1999 hat die CDU übernommen. Das sind 22 Jahre, 23 Jahre fast, die die CDU dort jetzt dem Ministerpräsidenten stellte. Und nach der Prognose, da kann man fest davon ausgehen. Und das sieht tatsächlich so aus, ihr beiden, dass wir da sehen, dass es also jetzt eine SPD-Alleinregierung tatsächlich geben könnte. Und das ist also heute, dass wir da sehen, dass wir da sehen, dass wir da sehen, dass wir da sehen.